Bitteschön! Bitteschön, Dankeschön! So, wer ist denn da? Steffi, wie geht's dir denn heute? Lach, lach, lach! Basti! Was ist denn los, Steffi? Traust du dich nicht vor der Kamera? Nein, mach ich nicht! Ich geh schon weg! Ich suche! Alex, bist du hier? Warte mal kurz, Schatz! Alex, bist du voll oder was? Junge! Steffi! Auf Ex oder Jude! Prost! Prost, Mannzeit! Ja, Schatz? Ja? Ey, klar, mir geht voll, komm zu! Das hört sich ja nicht, oder? Ey, Steffi! Du bist gerade aufgenommen, ja, Steffi! Steffi! Die Beine eigentlich ist hier voll besoffen! Schäkelklopfer für Beinlose! Es klingelt dein Handy und du hörst es dir an! Doch warte nicht zu lang und geh einfach ran! Die Steffi ist steif, deswegen haben wir einen live! Leifi, Leifi, mach scheiß die Scheiß! Leifi, Leifi, mach scheiß die Scheiß! Leif ist live! Leifi, ich geh auf Schwätze! Weil sie so glänzen! Warte, unsere Schwätze glänzen! Warte, unsere Schwätze glänzen! Warte, seid ihr beide rappenvoll! Mann, mach das Licht aus! Oh, meine Stimme ist nicht weg! Warte mal, Licht fällt da aus! Meine Stimme ist gleich weg! Die Stimme ist geschweckt! Weil sie so ihren... Weg! Hals weg! Hals weg! Kleckt! Brust! Mach das nicht, YouTube! Doch! Das kommt, YouTube! Das kommt, YouTube! Daran erinnere ich dich, Alex! Erinnern, ja, erinnern! Der ist auch schon voll! Der ist auch schon voll! Max hat Rinderwahnsinn, wusstest du das? Ja, ich hab Rinderwahnsinn! Steffi! Steffi, guck nochmal kurz! Bitte kurz! Ich will dich was fragen! Was? Guck nochmal, bitte! Steffi! Komm, bitte einmal! Nein! Komm! Nein! Deine Haare! Wer ist da? Keiner! Mir heißt das komische Schulfach nochmal bei dir? Darstellendes Spiel! Sag mal, jetzt ganz schnell die Kasse! Oh, deine Haare sehen so beschissen aus! Sag mal ganz schnell die Kasse tritt die Treppe krumm! Die Kasse tritt die Treppe krumm! Die Kasse tritt die Treppe drum, ey! Warte, nochmal! Sag mal! Die Kasse tritt die Treppe krumm! Die Kasse tritt die Treppe krumm! Wuhu! Bastian, jetzt du kommst! Die Kasse tritt die Treppe krumm! Wuhu! Das Blaukraut bleibt Blaukraut und das Brautkripp im Brautkleid! Das Blaukraut bleibt Blaukraut und das Brautkripp im Brautkleid! Blaukraut! Ja, die Kasse tritt die Treppe krumm! Ja, die Kasse tritt die Treppe krumm! Ja, Typ hier ist auch schon frei! Jetzt machen wir mal ein Interview über ihn hier! Warte! Warte, 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 warte! Die Alex ist schon halb steif! So, Alex, jetzt nochmal! Leuchte mich nicht an! Doch, du bist auch eine Leuchte! Gib's doch zu! Sonst wärst du doch nicht auf dem Gymi, oder? Du Streberin! Leuchte mich nicht an! Wisch ist doch die Fächerin! Sag mir in dem Mathefach! Jetzt musst du. Was? Nochmal, was denn? Heya, heya. Oh! Was denn? Halt zu, Mann. Bye. Sagt, sagen wir jetzt was. Das fliegen hinterher. Was? Das sie fliegen, fliegen, hinterher, fliegen, fliegen, fliegen. Nicht hinterher fliegen. Doch, die fliegen hinterher. Das sie fliegen, 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 hinterher. Alex, mach du mal. Ach genau, gerade. Sagen wir mal, sagen wir mal. Lass sie fliegen, 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 hinterher fliegen, 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 hinterher. Achso, ich sag mal ganz schnell, die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Prost, Alex. Ganz schnell, die Katze tritt die Treppe krumm. 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 Hey, sogar langsam kann die jetzt nicht. Die Katze tritt die Trempel krumm! Wuuuuh! Muschi! Busen! Du ein großer Feuerbein, Junge! Loch! Aslache! Aslache! Ey, ihr Aslachs! Ey, ich muss einfach mal sagen, eine Zina von dem Asale Samhalle... Äh... Der ist so schön! Popohaare! Popohaare? Eines Zina von dem Asale Samhalle... Mein Ende, Koch am Schemme, Kofa! Und Fudnickel mit Katze! Na, filmisch aus der Fudnickel und Katze! So was von dumm? Die Beste! Asshalle und Samhalle! Samhalle, Asshalle und Lackhalle! Und Flaschhalle! 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 Man macht scheiß Ding jetzt auch! Basti sagt Tschüss! Tschüss! Bye-bye! So, und alle Tschüss sagen! Tschüss Schaffi! Tschüss! Schiff Alex! Mach auf! Ja, wie geht das? Wie geht das aus? 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 Warte mal kurz! Das war der Kameramann! Ja, hier, Maulzeiter! Dieser Gay-Typ hat gefilmt! Was? Was ist das mit mir? Oh! Und der andere... Und der andere... Und der andere ist Sebastian Sieber! Heißt... 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 Tschüss! Heißt... 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 Heißt...